So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahmens ist der Dicke und ich habe heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und diesmal stimmt es wirklich, auch wenn ich das jedes Mal sage. Denn ich habe ein Abonnement abgeschlossen bei WrestleCrate UK. Das ist auch der Sponsor vom heutigen Video und mein Spaß. Ich habe natürlich keinen Sponsor. Ich mache das einfach, weil ich das möchte und nicht, weil jemand mir was anbietet. Und ich habe was gesehen auf dem Kanal von Martin Guerrero, der ja immer so Wrestling News macht und andere Sachen zu Wrestling hin und her. Und der macht doch immer Unboxings zu diesen Paketen. Und das finde ich so genial. Was ich nicht so genial finde, dass der Adi mit seinem dicken Bobs schon wieder alles umwirft. Genau, gerne ein Platz da. Es ist doch gut. Guckt euch doch mal diesen Karton an, wie genial der aussieht. WrestleCrate UK in Form von einem Wrestling Ring. Dann hast du hier so Original Monthly Box of Wrestling Goodies mit den Ringseilen dabei. WrestleCrate Co. UK, Hashtag WrestleCrate, alles steht dabei. How to do a perfect unboxing, sogar mit Tutorial und Anleitung. Ready your crates. Aufmachen. Set up camera. Kamera anschalten, hinstellen. Have fun mit dem Mikrofon. Und danach Share Worldwide. Also überall teilen. Hier auch nochmal die Links für Facebook, Instagram und Twitter. Finde ich auf jeden Fall besonders cool. Die untere Seite können wir euch nicht zeigen. Da stehen nämlich überall Adressen drauf. Außer hier, das können wir zeigen. Fragile Handle with Care. Ja, das wollen wir jetzt mal aufmachen. Die werde ich immer, wenn ich eine bekomme, am Mittwoch hochladen. Weil Mittwoch ist ja die Raid Mania, was an Wrestlemania angelehnt ist. Mittwoch ist auch abends immer Raw. Mittwoch also der Wrestling Tag. Und einmal im Monat wird es jetzt immer diese WrestleCrate UK Box geben. Mit Wrestling Stuff drin. Da gibt es kleine Boxen und große Boxen. Die kleinen kosten, glaube ich, 11 Euro oder irgendwas. Die großen kosten 22. Sagen wir mal einfach so, das Doppelte. Es ist aber immer garantiert, egal ob klein oder groß, ein T-Shirt mit drin. Worauf ich mich besonders freue. Und gucken muss, ob das überhaupt mal passt bei meiner Größe. Nicht, dass hier diese britischen Größen anders sind. Problem ist, Versand kostet nämlich auch jedes Mal noch 10 Euro. So bezahlt ihr theoretisch die große Box und bekommt nur die kleine durch den Versand. Und ihr habt verschiedene Möglichkeiten gehabt. Das ist keine Werbung. Das möchte ich euch nur mal verdeutlichen. Wenn ihr jeden Monat euch eine kauft und die euch zugeschickt wird, dann kriegt ihr halt eure Artikel. Wenn ihr aber schon für drei Monate bezahlt, dass ihr also das Geld für drei Monate vorausstreckt und dann einfach die bekommt jeden Monat, kriegt ihr dafür drei Goodies kostenlos dazu. Wenn man das für sechs Monate macht, kriegt man sechs Goodies dazu. Und wenn man das für zwölf Monate macht, also für ein ganzes Jahr. Ich habe jetzt theoretisch 300 Euro bezahlt. 150 für die Box, 150 für den Versand, könnte man sagen, aufgeteilt. Aber dadurch müssten hier sogar zwölf extra Gegenstände drin sein. Und deswegen ist die erste Box wohl die krasseste und fetteste und brutalste für alle Wrestling-Fans da draußen. Ihr könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr auch ein Wrestling-Fan seid. Lasst es mich wissen. Ich mache die jetzt hier auf. Ein kleiner Schnitt, das dürfte schon reichen. Ich weiß gar nicht, guckt man da rein, guckt man da nicht rein. Einfach hochschieben. Ich mache es einfach mal, ohne dass ich reingucke. Ich lasse nur euch mal kurz gucken. Ich schiebe das auf. Und ist was dabei? Seht ihr was? Ich weiß es nicht. Was steht denn hier oben noch? Alter, guck. Genial. Guck dir die Box an. Ich muss es so zeigen. Ways to recycle your WrestleCrate. Also so kannst du die Box auch andersweitig verwenden. Use it for extra storage. Du kannst sie also nutzen als Kiste, um danach andere Sachen reinzutun. Da sehen wir hier schon Bierflaschen. Da ist ein Plüsch drin. Oder hier. Stand your Wrestling Figures on inside the crate. Du kannst deine Wrestling Figuren auf die Box stellen. Oder in die Box stellen. Hast also mehrere Möglichkeiten, den Karton danach noch zu verwerten. Let your kitty sit inside. Das ist, glaube ich, das beste, passendste Bild. Dass du einfach deine Katze im Karton chillen lässt. Das macht Adi ja sehr gerne. Dann haben wir hier noch stehen. Recycle with your household. Also du kannst sie natürlich auch einfach in die Pappe werfen. Oder place or shape festive gifts inside. Because you can only wrap rectangular things. Das verstehe ich nicht. Deswegen gehen wir zum nächsten. Store boring paperwork such as 7 year old bank statements. Du kannst also deine Unterlagen in die Box schmieren. Die kannst du dann hochkant aufstellen. Du kannst deine Unterlagen drin verstauen. Oder build a fort. Build. 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 Build a fort. Du kannst eine Festung bauen aus diesen. Alter, ich gucke schon gerade auf das T-Shirt. Ich darf nicht auf das T-Shirt gucken. Du kannst eine Festung bauen aus den Kartons. Die sieht also richtig genial aus. Und hier ist Stuff drin. Ich bin so gespannt. Das sind, glaube ich, zwei T-Shirts drin. Das sind, Alter, ich, DVDs, glaube ich, auch noch. Ich muss das jetzt mal wieder hier hinstellen. Wir müssen uns das jetzt Stück für Stück reinziehen, was wir da drin haben. Wir haben hier zum Beispiel eine Rolle. Jetzt gucken wir uns mal die Rolle an. Eine Rolle Drops wie Kevin Owens, ne, sagt man immer. Also mein Onkel hat das immer gesagt. Kevin Owens ist die Rolle Drops. Ist das ein Poster? Ist das ein Autogramm? Ist das sonst was? Das ist auf jeden Fall. Ah, scheiße. Ich kenne ihn leider nicht. Ist das nicht von Lucha Underground? Wer kennt den? Da ist halt wirklich alles drin. Das ist nicht WWE einfach nur. Das sind Independent Ligen. Das ist sonst was. Das ist hier, Dingsbums. Ich dachte eigentlich von Lucha Underground. Guckt euch mal dieses geniale Poster an. Das sieht auf jeden Fall mächtig aus an der Wand. Hier alles verraucht. Dieser bösartige Blick. Oder ist der jetzt bei AEW? Da gibt es ja auch ganz viele Markierte von der Dark Order. Ich blicke da nicht durch. Aber es muss gut aussehen. Es muss gut passen. Selbst wenn man es nicht kennt. Dieses Poster. Das ist das erste, was wir hier haben. Das schiebe ich schnell wieder hier in die Rolle zurück. Nein. Jetzt geht es nicht mehr rein. Rolle. Hör auf so dick zu sein. Diese Rolle. Dieses Poster. Dann machen wir hier auf. Was haben wir hier? Kleines. Gene Money. WrestleCrate Exclusive Gene Money. Have you seen this dog? Hast du diesen Hund gesehen? Wer ist Gene Money? Und was ist das? Das ist ein Anstecker. Den kannst du dir irgendwo hinmachen. An eine Jacke, an eine Mütze, an sonst was. Das sind zum Beispiel dann so Dinge, die würde ich an sich nicht unbedingt brauchen. Aber viele Leute sammeln so Zeug. Deswegen würde ich die Sachen, die ich nicht brauche, sammeln und dann selber mal in einer Verlosung raushauen als eine Wrestling Box für Wrestling Fans. Deswegen gerade die Wrestling Fans. Guckt immer die WrestleCrate UK Box an. Ich werde dann irgendwann mal gucken, wer da am aktivsten mit dabei ist, wer da Bock hat. Und irgendwann auch einfach mal irgendeinen Stuff raushauen, glaube ich. Da gibt es auf jeden Fall auch 3 to Collect. Drei verschiedene, die man sammeln kann. Gene Money hier, WrestleCrate Exclusive, Gene Money Exclusive und Chase Edition. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer Gene Money ist. Sieht aber trotzdem sehr stylisch aus, dieser Hund mit dieser Polizeimütze und der Sonnenbrille. Das hat Style, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Vielleicht schenke ich es auch dem Hannes, wenn es dem Hannes gefällt oder irgendwas. Oder dem ist wo, auf die Dicken und dicke Hund. Wisst ihr Bescheid. Jetzt haben wir hier das nächste. WrestleCrate Exclusive Pin. Johns Bighorn. Johns Bighorn Limousine. Gibt es auch zwei zum Sammeln. Das Original und hier eine irgendwas Edition, die ich leider nicht lesen kann. Das ist auch wieder im Prinzip ein Anstecker, den du dir irgendwo an Rucksack machen kannst. Also ich kenne so viele Leute, die rumrennen. Da ist der ganze Rucksack voll irgendwelcher Pins. Seid ihr Pinner? Sammelt ihr solche Pins? Schreibt es mal rein. Dann drückt wir hier drauf und haben, ach du meine Fresse, eine Figur, eine Figur, 100% Diecast Metal, Nano-Metal-Fix, ja. Das sind Metallfiguren aus Nano, mein Gott. Und das ist, wer erkennt es genau, Sascha Banks. Sascha Banks. Sascha Banks. Da stehen auch andere drauf. Die möchte ich aber jetzt nicht alle vorlesen. Hier, Collect Sam All, Triple H, John Cena, sowas ist da dabei. Wer, auch Ultimate Warrior ist dabei. Wir können halt so verschiedene dieser Figuren sammeln. Das ist auch so Stuff, den ich nicht unbedingt brauche. Bis jetzt, am coolsten, fand ich das Poster. Ich bin ja im Schein in der Dude. Deswegen, Poster ist cool. Dann haben wir hier. Was ist das? Das ist ein Pro Wrestling in New York. April 4. bis 7. April 2019. Ein kleines Heft, ein kleines Magazin bei Beyond Gorilla. Das sieht auf jeden Fall auch genial aus. Und das müsste doch sogar der Kollege sein, von dem das Poster drin ist. Wenn ihr das jetzt hier aufmacht. Es riecht auf, es schnuppert wie ein alter Simpsons Comic. Guckt euch das mal an. Wie cool das gemacht ist. Diese Bilder dazu. Das ist doch Tachiri, oder? Den kennt man doch. Tachiri. Die Artworks, die Bilder. Der wird angesprüht hier. Die Säuche. Der hat einen ganzen Leder Pfeffi getrunken. Guckt euch das an. Der will da draufhüpfen und er sprüht dem einfach was vor. Ihr habt dann noch mehr Leute. Was geht da ab? Er wirkt den. Der hängt sich auf den. Die machen da irgendwelche perversen Spielchen. Er kommt hier an mit einem Moon Soul. Sieht aus wie ein Lion Soul. Ist das nicht Christian Cage? Nein, ist er nicht. Vielleicht ist es auch Finn Balor. Ich habe keine Ahnung. Dann habt ihr geht es weiter. Guck mal, Bugatti. Ohne dass es Bugatti ist, kenne ich auch wieder nicht. Aber es sieht einfach verdammt genial aus. Und es riecht so gut. Da könnt ihr hier weiter durchblättern. Ihr habt noch einzelne Moves. Schwarz-Weiß-Lug richtig genial. Hier eine Dame ist dabei. Hier habt ihr einen grünen Louis. Ist der das von dem Poster? Hat jetzt eine grüne Maske. Und mit der Krone drauf. Sieht irgendwie aus wie der King of Kings Triple H. Hier habt ihr dann noch Stuff dabei. Guckt mal hier. Berlin Tag und Nacht. Schauspieler sind auch am Start. Hier Sexy Boy am Start. Wie Racer Ramon mit einem Zahnstocher. Hier weitere Moves. Weitere krasse Sachen. Hier wieder der Kollege. Also ich habe... Wer ist das? Schreibt doch mal rein. Wer das ist. Der ist irgendwie überall. Das ist doch Orange Cassidy, oder? Ich gucke so selten AEW, weil mir die Zeit fehlt. Aber wenn ich mal gucke, Orange Cassidy müsste ein bekannter Name sein. Der habe ich gestern einen Film geguckt. Hier Black and Blue. Da war einer dabei. Das sah auch so aus. Der sieht aus wie der Kollege, der mit Herrn Moxley jetzt immer rumrennt. Jetzt weiß ich auch gerade den Namen nicht. Der jetzt böse war und jetzt von allen gefeiert wird. Hier. Der sieht aus. Der hat einfach einen ganzen Haufen Pancakes an. Hier haben wir nochmal ein schwarz-weißes Foto. So ein Bild richtig genial. Das könntet ihr theoretisch alles euch ausschneiden. Und in der Schule bei euch auf dem Tagebuch vorne als Cover draufpacken. Und eure Mitschüler beeindrucken. Hier guckt euch an. Piledriver. Spike Piledriver. Auf den Nüschel drauf. Und hier. Ja. Hier sieht man, wie einer fotografiert wird. Der gerade ein Foto macht von zwei anderen. Beyond Gorilla. Wrestling Crate UK. Okay, genau. Da stehen noch Specials. Ach so. Hier, genau. Performance. Da steht sogar alles dabei. Tajiri. The Great Muta. Penta. Zero. M. Loki. Matt Fitch. Davy Vega. Shanes. Strickland. Robbie Eagles. Kip Sapien. Penelope Ford. Puma King. Sie. Ne. Die. Oitschmo. Orange Cassidy. Ortis. Moose. Desmond Xavier. Zachary Wentz. And my Noru Suzuki. Wenn die jetzt in der richtigen Reihenfolge sind, könntet ihr euch die Namen nochmal durchlesen und gucken, wer da wann wo auftaucht. Und dann wüsstet ihr genau, wer was ist. Dann habe ich hier, guck mal her, dann haben wir hier eine, nicht eine Postkarte, sondern eine, keine Ahnung was das ist. Ach ich glaube, da gibt es jedes Mal auch irgendwie so einen Online-Streaming-Dienst, dass du bestimmte Veranstaltungen, bestimmte Shows bei bestimmten Sachen irgendwie gerade gucken kannst, wo dann immer ein Code dabei ist. Und wenn man das jetzt hier zeigt, kann man das dann einlösen und kann ich es nicht mehr einlösen. Das ist jetzt hier Resist on Demand. Exclusive Shows, Matches and Insight on Your History at Riot Wrestling. Pivotshare.com. Kennt ihr Riot Wrestling? Sagt mir noch nichts, aber auch diese Karte finde ich eigentlich cool. Ich glaube, ich muss mir eine ganze Wrestling-Wand machen, wo ich lauter Wrestling-Stuff dranpacke. Jetzt habe ich, ich habe hier so, ich habe hier zwei Sachen. Ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Ich gucke jetzt erst mal hier rein, denn hier habe ich ein Shirt, das steht XL schon mal drauf. Das Shirt wollen wir jetzt erst mal fix hier auspacken. Wollen wir uns das mal reinziehen. Welches das ist, ich hoffe die passen. Ein Shirt von, was steht da? Extreme. Wrestling. Extreme, Extreme, Wrestling, Extreme. 1,04. Okay. Keine Ahnung. Hä? Fehlt da nicht was? Fehlt da nicht ein Wrestler? Das hier sieht aus wie der Eingangsbereich von ECW durch die Mauer durch. Der Mauer-Durchbruch, die kommen da rein, laufen da durch. Und hier kommt gleich der Ramses raus in der Unterhose mit 500 Dosen Bier in der Hand. Das sieht doch gut aus. Schwarzes T-Shirt, Größe XL habe ich genommen bei allem, weil ich nicht wusste, wie das ausfällt. Ist auf jeden Fall ein großer Druck. Der ganze Körper ist bedruckt. Finde ich immer genial. Ich mag nicht, wenn der so kleine... Hier guckt euch die Budapest-Flagge an. Und jetzt habt ihr hier den Extreme Einmarschbereich sozusagen. Müsste man natürlich mal anziehen. Kann ich ja in verschiedenen Pokémon-Videos mir mal reinziehen. Aber hier ist noch ein zweites T-Shirt dabei. Eins ist bestimmt wegen einem Gratis-Dings dabei. Durch die 12, denke ich mal. Und jetzt machen wir das hier mal auf. Und haben hier... Man, hoffse... Hoa... Ich hab keine Ahnung. Wisst das schon wieder? Kennt ihr den? Ich kann die Namen nicht lesen. Wenn man weiß, wer es ist, dann okay. Das heißt... Irgendwas heißt es auf jeden Fall. Mit Schmetterlingen dabei. Mit hier grünen Haaren. Mit hier super Panzerung. Allem drum und dran. Guckt euch das an. Wie findet ihr das Design von diesem T-Shirt? Kann man das anziehen oder nicht? Für Wrestling-Fans bestimmt eine feine Sache. Selbst wenn man die Leute nicht kennt, sieht das trotzdem fetzig aus. Oder... Ich finde das andere gerade besser, weil das neutraler ist. Das hier eine bestimmte Person, die ich nicht kenne. Habe ich jetzt gerade das andere mehr ins Herz geschlossen. Und... Mein Onkel ist ja auch Wrestling-Fan. Selbst wenn ich dem mal zu Weihnachten oder so ein T-Shirt gebe. Was ich halt noch nicht getragen habe. Einfach so und sage, guck mal hier. Wrestling-Shirt. Er zieht auch gerne T-Shirts an. Alles mögliche. Jetzt sehe ich hier schon irgendwie, dass... Vier DVDs, glaube ich, drin sind. Wir haben aber hier noch was anderes. Und zwar haben wir hier noch ein... Lie, Cheat, Steal. Noch eine große Karte vom Eddie Guerrero. Lie, Cheat, Steal. Guckt euch das an. Eine Eddie Guerrero-Karte richtig groß. Das wäre auch wieder was für einen Hannes, glaube ich. Also wenn der Hannes Bock hätte, Eddie Guerrero, sein absoluter Lieblings-Wrestler, würde ich ihm die auch schenken, würde ich ihm die auch vermachen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich sammle das alles hier in der Wrestling-Box oder wenn es wo irgendwas braucht, könnt ihr da gerne zugreifen. Dann habt ihr hier noch... Ist da noch ein... Oh, das sind... Oh, ho, 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 ho. Kommen wir jetzt mal ganz kurz hier zu diesen Sachen. Wir haben eine DVD drin. The Best of Kevin Steen in CCW. Kennt ihr Kevin Steen? Also Kevin Owens, aber aus CCW. Das müsste Combat Zone Wrestling sein. Combat Zone Wrestling ist eine der brutalsten, härtesten, schlimmsten Ligen, die es gibt. Das ist im Prinzip wie eine Backyard Wrestling-Liga, nur tausendmal schlimmer. Und der Kevin Owens als Kevin Steen bei CCW, wo es immer Deathmatches gab und lauter andere Sachen. Da sind ein paar Matches drauf, sogar Ironman-Matches hier dabei, Best of the Best Final, sonst was. Die Gegner kennt man vielleicht auch, sind halt nur unter anderem Namen. Da sind Matches drauf vom Kevin Steen, a.k.a. Kevin Owens. Wirst du es so wahrscheinlich nirgendwo in einem WWE-Shop direkt finden. Gibt es hier. Sieht genial aus. Und was habe ich hier noch? Was machen wir als nächstes? Wir haben... Rowdy Roddy Piper. Shoot Interview. Kennt ihr noch Rowdy Roddy Piper? Von früher. Wrestler. Kokosnuss auf dem Kopf, alles. Lustige Sache. Fäden gegen Hulk Hogan. Ist dann auch Schauspieler geworden. Hat dann auch Filme gemacht. Hier ist See Leben. Wer den Film kennt, finde ich auch richtig genial. Das ist Shoot Interview. Da sind wahrscheinlich keine Kämpfe drauf. Hear all about it from the Rowdy One himself in this 4-hour-No-Holds-Bart-Shoot-Interview. Das ist also ein 4-stündiges Interview. Wirklich für die Leute, die mal hinter die Kulissen blicken wollen, was er zu sagen hat. Das ist auch immer das Razzle Crate UK Logo hier unten drauf. Ist also immer auch alles exklusiv für diese Boxen, für diesen Hersteller. Dann haben wir hier aber noch eins. Und zwar haben wir hier noch eine DVD. Professional Wrestling. It's in your blood. Smash Wrestling. Und hier sehe ich nur Frauen drauf. Rosemary, Vanessa Craven, Jodie Thread, Kimberly, Casey Spinelli, Candice LeRae, wie das Gott zu jung, Tessa Blanchard. Na die kennt man glaube ich. Ellie. Also mit einem kanadischen Ahornblatt. Eine DVD wohl über Damen. Steht hinten auch nochmal dabei. Wer dagegen wen kämpft. Auch exklusiv. Auch wieder mit. Nicht dem Wrestle UK. Aber... Smash Wrestling. Standout Women's Matches. Also Frauen Matches, die herausgestochen haben. Eine dritte DVD. Und wir haben sogar noch eine vierte DVD. Und da ist er wieder. Guckt ihn euch an. Eddie Guerrero Shoot Interview. Ich glaube da kann ich im Hannes ein Eddie Guerrero Paket zurecht machen irgendwann. Das ist also wahrscheinlich wie vom Rowdy Roddy Piper. Nur mit Eddie Guerrero. Einfach wirklich mal einen Blick hinter die Kulissen. Er erzählt da viel. Und... Das sind sicherlich auch immer von Matches bestimmte Ausschnitte noch mit dabei. Du siehst mehr von der Person. Wenn gerade kein Match läuft. Hinter der Kamera sonst was. Aber hinter der Kamera sowieso. Eine vierte DVD. Immer exklusiv. Alles richtig heftig. Und jetzt muss ich mal gucken was ich hier habe. Denn... Hier ist eine richtig fette große Autogrammkarte drin. Von Matt Hardy. Guckt euch das Bild an. Guckt euch das Design an. Matt Hardy. Und hier auch unterschriebene. Matt Hardy Autogrammkarte. Richtig groß. Richtig fett. Richtig cooles Design. Die Autogrammkarten haben es mir auf jeden Fall auch angetan. Ich sehe noch eine Autogrammkarte. Von Jake the Snake Roberts. Guckt euch die an. Auch dieses Design wundervoll. Sieht richtig stark aus. Richtig genial. Jake the Snake Roberts mit Schlange. Die haben alle so einen besonderen Look. Die alle irgendwo nebeneinander platzieren. Das wird auf jeden Fall heftig. Das wird stark. Jetzt muss ich mal gucken. Wie ich das hier mache. Dann haben wir hier eine Dame die ich nicht kenne. Top. Gaijin. Kenn ich nicht. Sagt mir nix. Ist ne Dame. Kann man sich ja mal das Zimmer vollhängen. Voll irgendwelche Frauen. Da freut sich Pupsi. Die kommen ins Schlafzimmer gleich. Neben Nachtschranken. Wenn ich nachts aufwache. Schrecke ich mich immer. Weil die so böse guckt. Wer die kennt. Schreibt es mal rein. Wenn ihr richtig krasse Wrestling Fan seid. Auch wieder unterschrieben. Auch wieder drauf rum gemacht. Dann. Das war es nämlich immer noch nicht. Haben wir hier. Achso. Itemlist Insight. Da darf ich jetzt noch nicht reingucken. Ich glaube da ist nämlich immer noch Spoiler drin. Für die Box in den nächsten Monat. Die dann danach kommen. Und hier. Guckt mal. Was wir hier noch haben. Als letztes Bild. Ist das noch Wrestling? Ich weiß es nicht. Gut. Man kann ja sagen. Bei uns Wrestling war immer Matratzensport. Weil wir haben Backyard mäßig immer aus dem Dorf die Matratzen zusammengetragen. In den Garten gelegt. Sind da drauf rumgehüpft. Haben uns da drauf rumgecatcht. Und jetzt seht ihr hier. Die will kämpfen. Die lässt nichts anbrennen. Da ist auch wieder unterschrieben. Auch wenn ich keine Ahnung habe. Was das heißt. Tätowiert ist sie auch. Böse guckt sie auch. Ist nicht süß. Würdet ihr das auch aufhängen bei euch? Schreibt es mal rein. Den packe ich jetzt auch hier mit hoch. Jetzt ist die Box an sich leer. Ja. Ihr habt jetzt hier inne drin auch. Guckt doch mal wie cool das aussieht. Da fliegen die Mülltonnen rum. Die Stühle. Die Vorschlagämmer. Die Leitern. Alles. Ihr habt hier dieses Innenleben. Eine WrestleCrate UK Box. Die ist schon alleine. Richtig genial. Und jetzt steht noch dabei. WrestleCrate. September 21. Itemlist Insight. Tickets on Sale. Hier ist noch Werbung für den Event mit Paul White natürlich. The Big Show. Wer den kennt. Aber ist jetzt nicht zu viel verraten. Wenn man hier reinguckt. Ach das ist glaube ich vom letzten Mal. Hier steht nämlich nochmal alles dabei. September 2021. Extreme Exclusive T-Shirt. Such the Heavy Crate Champion Figure. Eddie Guerrero DVD. Bear Priestley Autograph Portrait. Black and White. Or Wolfpack Ringrobes. Lex Express Label Pin. Beyond Gorilla Photo Book. Light Sheet Stil Art Print. One Month of Resist on Demand. Es gibt wie gesagt auch eine große Box. Manche Sachen die hier draufstehen fehlen wahrscheinlich bei der. Weil die für die große Box bestimmt waren. Und ich dann nur die kleine habe. Ansonsten waren dann diese ganzen Sonderdinger da. Jetzt. Es ist schon mal angekündigt. Ich meine ihr seht hier auch Leute. Subscribers of Demands. Ne of the Months. Ihr könnt also wenn ihr eine Box erhalten habt auch Fotos von euch machen. Ihr könnt die hochladen. Vielleicht landet ihr hier in dieser Zeitschrift mit dabei. In diesem Inhaltsverzeichnis. Und es ist der Oktober Crate schon angekündigt. Denn das war der für September. Ich habe den Anfang Oktober gekriegt. Mit dem Staff vom September. Das heißt ich werde im November den für Oktober kriegen. Irgendwie so. Und es ist jetzt schon angekündigt. CM Punk Item Inside Wrestle Crate. Beim nächsten Mal gibt es also ein CM Punk. Item. Das finde ich auf jeden Fall genial. Und Adi zeigt uns genau was man eben in der Box macht. Einfach die Papi reinsetzen. Also das Kitty. Und dann sieht das ungefähr so aus. Dann habt ihr die Wrestle Crate Box. Und Adi freut sich, dass er jetzt jeden Monat eine neue Box kriegt. Adi Schatz. Adi Schatz. Alles Gute. Ich würde sagen, das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Das muss ich alles dem Muttertier noch zeigen. Ich muss alles mal hin und her. Ich muss die T-Shirts mal anprobieren. Ich finde es auf jeden Fall jetzt schon richtig genial. Ich finde es richtig cool. Ich verlinke euch das nicht. Wer wissen will, wo man das herbekommt, dem kann ich den Link dann im Kommentar als Antwort schreiben. Wer zugehört hat, der wird die Seite sicherlich auch selber finden. Ich finde es auf jeden Fall richtig brutal. Ich bin zufrieden. Gerade die Kevin Owens DVD finde ich richtig genial. Das Extreme T-Shirt gefällt mir. Dieses Poster hier. Die Autogrammkarten alle. Finde ich eigentlich richtig cool. Vom Design her. Schon eine DVD und ein T-Shirt zusammen. Für 10 Euro oder 11 Euro. Das ist es einfach schon. Die 10 Euro Versand sind bitter. Aber ich habe trotzdem jeden Monat diesen Überraschungseffekt. Jeden Monat ist für mich einmal Weihnachten sozusagen. Und ich habe jeden Monat dann ein Video, was ich euch so präsentieren kann. Die nächsten werden sicherlich nicht so lange gehen. Das wird dann kürzer sein. Aber ich bin gespannt, was nächsten Monat alles drin ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und schreibt mir rein, ob ihr Wrestling-Fan seid. Und ob ihr auch euch eine WrestleCrate UK-Box holt. Oder sogar schon welche habt. Vielleicht gibt es ja Leute, die das sogar kennen. Kennt ihr das? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.